Ja, Hallihallo, er ist eine Bichon-Havanesemix, heiß Borscho, Rüde, circa drei Jahre alt, geboren in 2020 und sehr kleine, nur 23 Zentimeter die Schulterhöhe ist und 6 Kilo. 5 Kilo 50 Dekker, ja, zum Ersten, er ist ängstlich, ja, ängstlich, ängstlich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dauert das bei einer Familie, aber vielleicht ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen. So, wir suchen eine Familie für die kleine Borscho, bitte. Ja, okay?